So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, äh, beziehungsweise nicht Pokémon Go, eigentlich einfach nur eine Folge Ramses. Nein, ich habe ein kleines Special vorbereitet, denn, äh, heute ist Mittwoch bei mir, ich werde das versuchen für Donnerstag vorzubereiten. Ähm, jetzt wo Pupsi umgezogen ist, neue Wohnung, alles hin und her, möchte ich mir das mal angucken, wie es dazu geht. Deswegen habe ich beschlossen, am Donnerstag Nachmittag dann, äh, zu Pupsi zu fahren, da dann über Ostern ein paar Tage auch zu bleiben, dass wir das erste Mal da auch in der neuen Wohnung sind und hin und her, alles. Ähm, Sonntag bin ich aber da, am Sonntag möchte ich dann Raids für Zuschauer mal machen, eine Folge mit Caputoro. So, Freitag und Samstag möchte ich zwei Eiervideos hochladen, passend zu Ostern, ist ja dann Karfreitag und Ostersamstag, ne, und Ostersonntag, dann eben Dings und Bums. Und für den Donnerstag, wo ich nicht da bin, möchte ich für nachmittags dieses Video aufnehmen. Denn letztens ist was passiert, ich habe mich angemeldet bei YouTube und dann habe ich irgendwie so ein komisches Zeichen gesehen auf der Startseite und da stand irgendwie ganz groß hier da, neuer Erfolg. Herzlichen Glückwunsch zu 200 Mitgliedern. Und das fand ich auf jeden Fall, äh, das fand ich auf jeden Fall toll, denn, äh, Aufrufe sind Aufrufe, Abonnenten sind Abonnenten, aber Mitglieder, finde ich, ist nochmal was ganz anderes, was ganz Besonderes. Abonnieren kann theoretisch jeder, aber Mitglieder, das ist ja trotzdem mit Kosten verbunden, das sind ja dann Leute, die wirklich den Kanal und die Zeit, die man hier investiert und die Unterhaltung, die man auch bietet. Und die Hilfe, die gegeben wird, so sehr schätzen, dass sie sagen, sie wollen was zurückgeben und sie wollen das alles unterstützen, dass man auch immer schön Tastings machen kann und sich lustige Sachen kaufen kann. Oder, dass man für diverse Wanderungen oder Ausflüge oder Vlogs, diverse Utensilien hat oder für diverse Challenges. Oder, dass man sich eben schön viele Pokecoins gönnen kann, um dann auch gezielt viele schöne Eier-Videos zu machen, Raid-Videos, Raid-Manias, die Raid-Manias. Ich verballere in jeder Raid-Mania vielleicht 20 Euro, das heißt, jede Woche 20 Euro dafür. Alleine für die Raid-Manias sind im Monat dann schon fast 100 Euro für Raids, jedes Mal, jeden Monat 100 Euro. Pokémon Go, steckt noch jemand jeden Monat 100 Euro im Pokémon Go? Ja, nein, vielleicht, kreuzt an. Und wenn man mal was richtig Krasses haben möchte, macht man ja noch mehr. Ich sage nur 100% Mewtwo-Suche, wo man 1000 Euro aufgeladen hat und hat dann da, also, ja, das sind auf jeden Fall besondere Ereignisse. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz über die Mitgliedschaft reden und über meine Mitglieder und die Mitglieder auch mal zeigen, denn ich habe hier so eine Funktion, da zeigt mir das einfach alle an. Und ich möchte jeden heute namentlich erwähnen und mich bedanken für eure Mitgliedschaften. Und wir gucken auch gleich mal, wer ist am neuesten, frischesten dabei und wer ist am längsten dabei und wer hat welche Stufe. Aber damit ihr wisst, was die Stufen überhaupt sind, es gibt verschiedene Stufen, weil mein Lieblings-Pokémon Raupi ist, habe ich halt einfach Raupi genommen. Wenn ihr ein Mitglied werdet, dann seid ihr halt ein Wurm. Ihr werdet zu einem Wurm, wenn ihr Mitglied hier werdet, seid dann also ein Raupi. Willkommen bei Raupi. Raupi ist 99 Cent, das heißt, das ist das Günstigste, das wäre 99 Cent im Monat für eine Mitgliedschaft, um einen zu unterstützen. Dafür habt ihr dann hinter dem Namen als Mitglied, ihr werdet grün im Chat angezeigt, in den Livestreams. Ihr habt dann also einen grünen Namen, seid hervorgehoben und habt hinter eurem Namen eben hier diese diversen Gifs. Ihr seht, die bewegen sich. Wer ganz frisch dabei ist, hat eben dieses Raupi. Nach, ich weiß gar nicht was, nach so und so vieler Zeit, kommt dann plötzlich, wird man zum Safcon. Wenn man noch länger dabei ist, wird man zum Smetbo und dann fängt es an, sich Shiny zu entwickeln. Dann wird man Shiny Raupi, Shiny Safcon und Shiny Smetbo. Yeah. Ja, Mitglieder können auch bestimmte Emojis da rein senden, die so klein sind, dass man gar nichts sieht, haben keinen langsamen Modus, können da also ganz viel spammen und schreiben, aber das ist mir dann nachträglich erst aufgefallen, dass das auch so funktioniert. Das sollte jetzt kein Vorteil sein. Dann gibt es welche, die geben ein bisschen mehr. Wir haben diese Zwischenstufe eingefügt, Shiny Raupi. Ihr seid aber dann trotzdem kein Shiny Raupi vom Logo her, sondern ihr seid einfach nur von der Stufe her Shiny Raupi. Ja, aber euer Logo ist ja angepasst an die Zeit, wie lange ihr dabei seid. Dann gibt es Relaxo, das war so die Stammbesetzung, denn früher gab es immer nur Raupi, Relaxo und Mewtwo. Jetzt habe ich diese Zwischenstufen noch eingefügt mit Shiny Raupi und Shiny Relaxo, dass man noch Abstufungen hat. Also Raupi, Shiny Raupi für 1,99€ im Monat, Relaxo für 4,99€ im Monat, Shiny Relaxo für 9,99€ im Monat und Shiny Mewtwo für 99,99€. Shiny Mewtwo Stufe ist eigentlich nur aus Spaß mal hinzugefügt worden, damit man eben verschiedene Stufen hat. Trotzdem gab es schon Leute, die eine Shiny Mewtwo Mitgliedschaft gemacht haben. Und als die das gemacht haben, habe ich nachträglich gesagt, Digga komm, du hast hier 100€ investiert für den Monat, wir machen am Wochenende eh wieder Raids für Zuschauer. Stell dich einfach an, immer wenn ich die Arena wechsle, lade ich dich gezielt erstmal ein, damit du sozusagen immer die Wartezeit überspringst. Also du unterstützt hier so viel, du hast Bock, alles. Dann möchte ich dir auch hier sozusagen einen VIP-Pass für Raids für Zuschauer dann zurückgeben. Das stand am Anfang nicht da, trotzdem haben Leute das gemacht. Und so habe ich dann gedacht, okay, also wer wirklich sowas macht und überhaupt, der kann auch guter mitmachen. Den bevorzugt man dann bei sowas, dass der nicht jetzt warten muss, bis die ganzen Amis und die ganzen Pilz und Edmi-Edmi-Leute da sind. Die abonnieren, die ganze Zeit Spam eingeladen werden, nicht reinkommen und dann wieder gehen und wieder deabonnieren und du die nie wiederhörst. Und die müllen alles zu. Und damit man eben diese Leute, die da wirklich, ey yo, das unterstützen, dass man sagt, komm, dafür hier, wir ziehen das hier durch. Du willst das 100er, ich will das 100er. Wir machen an jeder Arena bam, bam, bam und wenn wir fertig sind und haben gefangen, dann kommen wir direkt wieder dran, damit wir da ordentlich durchziehen können. Ich weiß, wie es ist, wenn man ein bestimmtes Pokémon als 100er haben will, aber keine Mitspieler findet oder keine Raids findet und einem die Zeit wegrennt, bis man das dann kriegt und so weiter. So, das, dazu, jetzt, die Mitglieder, wer ist denn überhaupt hier Mitglied alles? Wen kennt ihr, wen kennt ihr nicht, wie ist das, was ist da, wo? Am frischesten dabei ist der Pascal Schleicher. Grüße gehen raus. Aktuelles Level, Shiny Relaxo. Der kam rein, der hat Raupi gemacht, fünf Minuten später ist er auf Shiny Raupi hochgegangen. Einen Tag später, plötzlich, upgradet er auf Relaxo und fünf Minuten später auf Shiny Relaxo, also Pascal, auch relativ neu dabei, ne? Seit sechs Tagen ist er jetzt hier auf dieser Stufe, seit acht Tagen insgesamt Mitglied. Wichtig ist jetzt, wir gucken die Gesamtzeit als Mitglied, also der Letzte, der dazugekommen ist, ist Pascal Schleicher, seit acht Tagen auf Shiny Relaxo. Dann haben wir hier Maisfelder 3. Zehn Tage, Raupi. Achso, was ich gleich noch dazu sagen möchte. Wenn ich 200 Mitglieder habe, aber ich habe 400 Plätze in meiner Freundschaftsliste und da sind viele Leute dabei, die ich einfach gar nicht kenne und gar nicht weiß, wer, wie, wo, was sind. Da sind sicherlich auch etliche Mitglieder dabei, die in meiner Liste sind. Ich aber gar nicht weiß, dass das die sind, weil ein Pascal Schleicher in Google hier Pascal Schleicher heißt. Im Spiel heißt er aber vielleicht P5, Schreie im Parkhaus. Wieder eine Film. Ich würde euch bitten, das ist wirklich ein Video für die Mitglieder, dass die Mitglieder, die hier da sind und hier genannt werden, die jetzt aktiv gerade auch dabei sind, vielleicht dieses Video auch mal kommentieren. Schaffen wir es, dass alle Mitglieder, die hier genannt werden, dieses Video kommentieren und man die unten nochmal sieht und im Kommentar mal ihren Ingame-Namen angeben, dass ich überhaupt weiß. Ach, den habe ich in meiner Liste schon seit 100 Jahren, das bist du, damit ich da mal irgendwie so einen Zusammenhang finde. Wer von den Mitgliedern, der hier steht, nicht in meiner Liste ist, der könnte ja auch einen Kommentar schreiben mit seinem Ingame-Namen dazu und seinem Freundschafts-Code, denn ich sortiere letzte Zeit wieder vieles aus und viele Leute halten sich nicht. Und wenn da wirklich einer Bock hat und die ganze Zeit hier einen schon unterstützt und ich eh jetzt gerade wieder freie Plätze habe, würde ich die freien Plätze vielleicht gerade mit ein paar Mitgliedern dann auch mal auffüllen, bevor da einfach gar keiner ist und der Platz im Prinzip in der Luft hängt, würde ich vielleicht jemanden, der schon unbedingt mal rein wollte, aber es aufgegeben hat, so einen Platz anbieten. Also ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Mitglieder hier jetzt dann unter dieses Video schreiben und sich mal zu erkennen geben, welcher Google-Account, zu welchem Pokemon-Account Ingame-Namen gehört oder wenn man nicht befreundet ist, mit Trainer-Code gleich dazu, dass ich weiß, wer ihr seid und vielleicht auch mal ein paar Etten kann. Ähm, ja, Pascal Schleicher, 8 Tage, Scheini Relaxo, Maisfelder 3, 10 Tage, Raupi, Andrzej, dann ist der André Speck, ne, 17 Tage, Raupi, Rido Mido, 28 Tage, Raupi, Knut Lina, 8, 7, 1 Monat, Raupi. Und da seht ihr schon auch die Entwicklung, Raupi ist man also bis zu einem Monat, sobald man einen Monat erreicht hat, entwickelt sich das Raupi zu Safkorn. Knut Lina, 1 Monat, äh, Raupi. Die Stufe ist trotzdem Raupi, aber durch die Dauer ist ein Safkorn angezeigt. Ich hoffe, ihr versteht das, okay. Äh, Robert Bossin, 1 Monat, Raupi. Sticky Soul, 1 Monat, Raupi. Mystery Box, ich kann nicht erkennen, was das ist, deswegen Mystery, 1 Monat, Scheini Relaxo. Ist ein Safkorn, guck. Wirkt verwirrend, aber ihr kennt euch aus, ihr wisst, wie das ist. Jakob Giesen, 1 Monat, Raupi. Jetzt seht ihr schon, die Safkorn sind weg und hier ist Smetbo, das heißt, wir gehen zu 2 Monate. Raupi ist bis zu 1 Monat, ab 1 Monat werdet ihr zu Safkorn von eurem angezeigten Symbol. Ab dem 2. Monat werdet ihr schon zu Smetbo, äh, entwickelt. Da haben wir mit Juli Bar, 2 Monate, Relaxo. Lehrer Lukas, 2 Monate, Raupi. Lisa287, 2 Monate, Scheini Raupi. Gothic66, 2 Monate, Scheini Raupi. Air Combat Devil Duck, 3 Monate, Scheini Relaxo. Der echte Kevin, 3 Monate, Raupi. Kinatom, 3 Monate, Raupi. War aber jetzt schon lange nicht mehr im Spiel, ich gesehen hab. Bei dem steht immer vor mehr als 2 Tagen aktiv und öffnet nix. Ich hoffe, dem geht's gut. Obwohl, der letzte sind einen Stream kurz mal reingeguckt wieder. Ich hab gesagt, ich hoffe, ihm geht's gut. Ich hoffe, immer noch, ihm geht's gut. Vielleicht viel Stress, viel um die Ohren, grad keine Zeit oder irgendwas. Handy kaputt. Äh, Kenjiro, HD Gaming, 3 Monate, Raupi. Konoydre, 1996, 3 Monate, Raupi. Markus Wetter, 3 Monate, Scheini Raupi. Brezel Queen, 3 Monate, Raupi. Bierschanga, 3 Monate, Raupi. Alba Giant, 3 Monate, Scheini Raupi. Patsch, 4 Monate, Raupi. Heiko Kurowski, 4 Monate, Raupi. Vani Vaudlugi, Vaudlugi, 4 Monate, Raupi. Yoshi, 4 Monate, Raupi. Maus Wolle 120, 5 Monate, Raupi. Steffi Serkan Chaw, 5 Monate, Raupi. Fake Crazy Gamer, 5 Monate, Raupi. Pades, 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 92, 5 Monate, Raupi. Somsi Sama, 5 Monate, Scheini Raupi. Boy, Shadrof. Ich dachte erst Shadow, aber das ist ein Erdazwischen. Boy, Shadro, Boy Shadro, 15. 5 Monate, Relaxo. Klar, da sind manchmal Leute dabei, die habe ich irgendwie noch nie gelesen oder gehört oder gesehen. Und die sind einfach Relaxo, das muss man sich mal vorstellen. Grüße gehen raus an den Boy. Luigi Sarada, 5 Monate, Raupi. Sani, 6 Monate, Raupi. Sweet Dilem, 6 Monate, Relaxo. Achso, Moment hier. Ab 6 Monaten entwickelt sich das Smebo zu Shiny Raupi. Ihr seht, die sind jetzt hier gelb. Also, Sani, Sweet Dilem, 6 Monate, Raupi. Sweet Dilem, Relaxo, Raupi, 6 Monate. Ice Corp Jens, 6 Monate, Raupi. Fox Cookie, 6 Monate, Raupi. Franz Deierling, 6 Monate, Shiny Raupi. Gossi, 6 Monate, Raupi. 22, Michel 12, 6 Monate, Raupi. Zogameit, 6 Monate, Raupi. Sven Günther, 6 Monate, Shiny Relaxo. Lukas B., 6 Monate, Raupi. Joachim Hubrik, 6 Monate, Shiny Raupi. Simone Sabrowski, 6 Monate, Raupi. Da ist sogar noch Klammer auf. Ich weiß aber nicht, was dahinter steht. Achso, wenn man hier drauf drückt, kommt man da zum Kanal. Dann kann ich mir jeden Kanal von jedem angucken. Neues Gelb von Bowling Ball. Das wäre ja nochmal ein extra Video. Ich gucke, wer einen Kanal hat und gucke mir die Karele nochmal an. Boah. Äh, Toxic, 1900, 7 Monate, Relaxo. Fatih, Kömür, 7 Monate, Raupi. Matze, Notland, 7 Monate, Raupi. Magascot, 7 Monate, Raupi. Olaf Marx, 7 Monate, Shiny Relaxo. Der hat auch mal eine Mewtwo-Mitgliedschaft gehabt, muss man sich mal vorstellen. Vor 6 Monaten war das. Dann ist er auf die niedrigere Stufe gewechselt. Und seitdem, trotzdem als Shiny Relaxo hier einfach am Start. Richtig brutal. Also, Olaf, Marx, 7 Monate, Shiny Relaxo. Pet, Saver, Raphael. 8 Monate, Raupi. Das ist etwa der Raphael, der die ganze Zeit versucht, in den Fanchat wieder reinzukommen. Nachdem er letztens ein verbotenes Lied gepostet hat. Dafür müsste er wieder reinkommen jetzt. Haben sie es verkauft? Ähm, Eier aus HD, 9 Monate, Raupi. Kinghammer der Dünne, 10 Monate, Relaxo. Skyfall, DLC. Zehn Monate, Raupi. Kaninchen 20 B. Elf Monate, Raupi. Henry Herfurt, elf Monate, Shiny Raupi. Krypto Michi, elf Monate, Relaxo. Timkiller TV, zwölf Monate, Raupi. Manuela Hartmann, zwölf Monate, Raupi. Sören Löffler, zwölf Monate, Raupi. Und ist euch was aufgefallen? Wir sind jetzt bei zwölf Monate. Das ist ein Jahr. Das heißt, das Shiny Raupi hat sich entwickelt zu Shiny Safcon. Als angezeigtes Logo hinter eurem Namen bei der Mitgliedschaft. So. Jan Lange, zwölf Monate, Raupi. Tobi 24, zwölf Monate, Raupi. Fabis VL oder sechs. Vielleicht ist es eine römische 5 und ein Strich. Fabis VL, zwölf Monate, Raupi. Marco S., dreizehn Monate, Raupi. Nicole Meinicke, dreizehn Monate, Raupi. Olli S., dreizehn Monate, Raupi. Schnitzelmann 0815, dreizehn Monate, Raupi. Specki 0507, dreizehn Monate, Raupi. Und Specki, es wäre immer noch schön, du würdest dich mal melden, weil wir Glücksfreunde sind und ich gerne unseren Glückstausch machen möchte. Dass wir nicht mehr glücklich sind und wieder glücklich werden können. Ka-Ching, dreizehn Monate, Scheini Raupi. Waldbacher, vierzehn Monate, Raupi. Hungle. Hungli? Hungle. Hungle, vierzehn Monate, Raupi. Azubi is the Postman, vierzehn Monate, Raupi. Hä? Hat der Sören etwa... Was ist denn mit Sören los? Wo steht denn der hier? Wo war denn der? Jetzt habe ich es... Wo, wo hier? Sören Löffler. Azubi is the Postman ist doch Sören. Der ist mit einem Sören-Account und mit Azubi is the Postman Mitglied, beides mal. Das habe ich auch noch nicht erlebt, ne? Azubi is the Postman, vierzehn Monate, Raupi. Amikosi, mit der Amikosi-Sosi. Vierzehn Monate, Scheini Raupi. Agnologia TV, vierzehn Monate, Relaxo. Wooser, vierzehn Monate, Raupi. War auch schon, äh, Scheini Mewtwo. Polgara 65, vierzehn Monate, Raupi. Big D, vierzehn Monate, Raupi. Andreas 007, vierzehn Monate, Raupi. Boba Mo YouTube, vierzehn Monate, Raupi. Birgit Klaasen, fünfzehn Monate, Raupi. Ragman, fünfzehn Monate, Raupi. Melly Shrey, Shrey, Shree. Melly Shrey. Tokio Hotel, wieder. Haben wir irgendwo so. Fünfzehn Monate, Raupi. Deni, 26, 10, also der Dinais, 15 Monate, Raupi. Yia Lechen, 15 Monate, Raupi. Tiso, 15 Monate, Raupi. Daniel Chevy, 15 Monate, Raupi. Pil Morix, 15 Monate, Raupi. Paula, 889, 15 Monate, Raupi. Servus und habe die Ehre, 15 Monate, Raupi. Exekutor, 67, 15 Monate, Raupi. Genaya, 15 Monate, Shiny Relaxo. Flexmann09, 15 Monate, Raupi. Pokémon Go Player, 15 Monate, Raupi. Kulidita, 16 Monate, Raupi. Sarina, 16 Monate, Shiny Relaxo. Shenglong90, 16 Monate, Raupi. Jan Krause, 16 Monate, Raupi. Lost Florian, 16 Monate, Raupi. Sturm111, 16 Monate, Raupi. Georg Halmheu, 16 Monate, Raupi. Jetzt müssen wir weiterblättern auf die andere Seite hier drüben, nämlich. Äh, ja. Floody Burbs and More, 16 Monate, Raupi. Thomas Rote, 16 Monate, Shiny Raupi. Natururin, Grüße gehen raus, Wanderungsstaat kommt. Näh. 17 Monate, Raupi. Bisa Fan Enzo, 17 Monate, Raupi. Thomas Borkenhagen, 18 Monate, Raupi. Markus Schiefer, 18 Monate, Raupi. Nightmare, 7, 5, 2, 8, 18 Monate, Raupi. Wer bist du? So lange dabei? Der Name ist mir so unbekannt. Das tut mir echt sorry, aber... Hm. Wisst ihr, wer der Nightmare ist? Vielleicht schreibt der Nightmare mal einen Kommentar und sagt Hallo. Und dann weiß ich wieder, wer es ist. Vielleicht kenne ich den Ingame-Namen, aber vielleicht kenne ich den YouTube-Namen nicht. Ich weiß es nicht. Riese, 02, 18 Monate, Raupi. Michelle Drexler, 18 Monate, Raupi. Otakon, 76, 18 Monate, Raupi. De Skandalpara, 19 Monate, Raupi. Hannes der Dicke, 19 Monate, Scheini, Relaxo. Karin Karisima, 19 Monate, Raupi. Thomas Speck, 19 Monate, Raupi. Julchen Feechen, 19 Monate, Relaxo. Und Biala von mein 19 Monate, Relaxo. Und Biala hat auch schon mal in einem Stream 50 Euro rausgehauen. In einem anderen Stream 100 Euro rausgehauen. Also Biala damals eingeladen nach Aschaffenburg, hat er gesagt, komm ich lade dich ein und Pupsi, ich bezahle da ein Hotel, da könnt ihr euch niederlassen und tagsüber machen wir was in der Stadt. Und so ein guter Mensch, so ein krasser Typ, so eine... Als ich die Videos mit ihm hochgeladen hab, die Damenwelt war gleich verliebt. Und oh, der hat aber ne tolle Stimme und ne tolle Ausstrahlung. Und huiuiui. Ach, Biala, Biala. Wir müssten uns eigentlich auch mal wieder sehen oder mal irgendwie irgendwas. Es müsste wirklich mal irgendein, das Go-Fest geben, so wo alle hingehen und man sich einfach alle da rumhängen und jeder mit jedem und alles, weil ihr kennt euch ja auch untereinander. Ich seh das. Es ist eigentlich so ne schöne, so ne starke, so ne tolle Community, die auch außerhalb des Streams jetzt Kontakt gegenseitig aufgenommen hat, regelmäßig miteinander chattet, Gruppen bildet, da abends nen Talk macht, wo verschiedene Leute drin sind, die abends Gespräche führen über Gott und alles mögliche. Also man hat auch richtig Freunde gefunden, auch ihr untereinander so. Und das ist doch ne total tolle Sache. Bin ich mal gespannt, dass in 19 Monaten, ihr wisst, nach 24 Monaten sind zwei Jahre um und dann würde sich dieses Shiny Safcon entwickeln zu einem Shiny Smetbone. Das ist dann das Höchste von der Dauer nach zwei Jahren. Und wir haben eben diese Leute, die alle hier jetzt Gleichstand haben auf 19 Monaten, Biala, Julchen, Thomas, Karin, Hannes, Skandalpara. Ähm, ja und gerade auch in dieser vielen langen Zeit, ein Raupi, zwei, drei, drei Raupis, zwei Relaxo und ein Shiny Relaxo, also danke für eure Treue, danke an jeden Einzelnen, der hier ein Mitglied ist, auf freiwilliger Basis, das dann unterstützt und da einfach Teil dieser Community ist. Und ich bitte trotzdem nochmal, wenn ihr jetzt vorgelesen wurdet, wenn ihr da dabei seid, schreibt mal einen netten Kommentar unten drunter und lasst mich nochmal wissen, wer seid ihr ingame, wenn ich es jetzt nicht unbedingt eindeutig weiß. Viele heißen ja hier so, wie sie auch im Spiel heißen, das ist ja dann also ganz normal, aber bei manchen, wie hier Nightmare 7.5, wüsste ich jetzt zum Beispiel gar nicht oder, ja, dass ich vielleicht trotzdem ein paar Mitglieder noch, mit denen ich zum Beispiel auch noch nie befreundet war, einfach auch mal in meine Liste mit reinholen, mit denen auch mal durchlevel, mit denen ein bisschen interagiere oder wenn ihr schon in meiner Liste seid, aber ich nicht weiß, dass ihr drin seid, weil ihr eben anders heißt, dann weiß, wer ihr überhaupt seid. Würde ich einfach schön finden, würde ich cool finden, wenn das so ist. Ich erwarte also über 100 Kommentare unter diesem Video, auch wenn nur dort steht, gern geschehen. Und das lade ich jetzt am Donnerstag hoch, wo ich dann nicht da bin, damit ihr was zu gucken habt und am Freitag, Samstag gibt es Eierbrut-Videos auf der Suche nach Molung. Vergesst mal, das Osterfest-Special-Frühlings-Event-Eier. Nein, ich brüde Molung. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Habt ihr schon einen Molung? Schreibt es unter die Eier-Videos. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Adi. Der sitzt nämlich hier, der wünscht euch auch frohe Oster. Adi, Schatz! Adi! Adi! So, ganz kurz Aufmerksamkeit bekommen. Das war genau so gedacht. Ansonsten frohe Ostern, schöne Feiertage, erholt euch gut, macht keinen Unfug. Und wir sehen uns dann trotzdem Sonntag im Stream live nochmal zurück, falls ihr Ostersonntag Zeit habt, mal frühs, mittags, bevor es Hasenbraten gibt. Und ansonsten Montagabend dann bei Chill mit Ramses in der Osterausgabe. Aber da gucken wir nur Eier-Videos. Frauen mit Eiern, Männer mit Eiern, Tiere mit Eiern. War ein Spaß. Montag aber trotzdem dann. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.